Gigi, kommt mit. Wir müssen den Womoglick Leuten noch einen Tipp geben und zwar ist dieser Tipp von hier 800 Kilometer weg und zwar ganz im Norden auf der Insel Rügen und da waren wir auch am nördlichsten Punkt bei Cap Arcona und da gibt es auch einen Stellplatz. Ich habe einen kleinen Film gemacht, schaut rein und wenn er euch gefällt, macht ein gefällt mir und abonniert Womoglick auf dem YouTube-Kanal oder schaut ganz einfach bei Womoglick auf der Internetseite rein. Da hat es noch viele andere Stellplatzfilme. In dem Sinn, schönen Tag, ich spring weiter. Gegenüber eines Grossparkplatzes befindet sich ein schlichter Wohnmobilstellplatz, der für 30 Wohnmobile Platz bietet. Bei der Einfahrt steht ein Ticketautomat vor der Schranke. Die Preispolitik jedoch muss man verstehen können und wirft die Frage auf, warum die Reisemobile nach Höhe und nicht nach Länge bezahlt werden müssen. Der Stellplatz ist asphaltiert und die Reisemobile werden schräg in eine Richtung gestellt. Um die Umgebung zu erkunden, gibt es einen Fahrradverleih, Rundfahrten und einen Pendelverkehr. Von hier aus besucht man das Kap Arkona oder das Fischerdorf Vitt. Man geniesst hier eine Aussicht in die weite Natur. Cici und ich wollen ans Kap und laufen am Rügenhof, einem schönen Restaurant und vielen schönen Häuser vorbei und sind bereits im Erlebnisbereich. Das Kap kann man zu Fuss oder mit der Kap Arkona-Bahn erreichen. Wir zwei laufen den ca. 2,2 km langen Weg durch eine schöne Landschaft, immer mit dem Blick zu den Leuchttürmen. Später stehen wir vor dem alten und neuen Leuchtturm. Auf dem Vorplatz steht eine Kopie des Seefeuers. In der Zwischenzeit ist es schon Nachmittag und ich möchte gerne noch die Ostsee sehen. Dazu gehen wir auf den Küstenwanderweg und werden nach einigen hundert Meter mit einer tollen Aussicht belohnt. Von diesem Aussichtspunkt geniesst man eine Sicht über das Meer und spürt eine Zufriedenheit. Gerne möchte ich mit Cici noch hinunter zum Meer. Eine Tafel macht mich auf rastende Robben aufmerksam. Diese können bissig sein und meine Cici wäre bestimmt ein schöner Happen für diese Raubtiere. Also Cici anleinen. Ich geniesse diesen friedlichen Ort am Meer und stelle mir vor, wie es hier wohl sein wird bei einem richtigen Sturm. Langsam begeben wir uns auf dem Rückweg und steigen all die Stufen hoch. Zurück bei den Leuchttürmen treffe ich auf einen schwarz-rot-gelben Grindstein. Dieser vermittelt, dass hier einst Grenz- und militärisches Speergebiet war. Ganz in der Nähe finde ich einen Bunker mit dutzenden Lüftungsrohren. Wieder stehe ich bei den Leuchttürmen und sehe, dass im Schinkelturm ein Museum und das Standesamt untergebracht ist. Wer hier heiratet, darf auf dem Vorplatz einen Hochzeitstein setzen lassen. Gegen Abend geht es auf den Rückweg und ich komme als letzter Gast beim Imbiss Europa à la carte an. Dort setzt sich der Koch nach getaner Arbeit zu mir und wir unterhalten uns mit vielem Lachen. Erzähl noch, wo sind wir hier genau und wer kommt hier überhaupt vorbei? Ja, wir sind hier am nördlichsten Punkt von Deutschland, nördöstlichsten Punkt. Und hier kommen ganz viele Touristen hin, die halt die Türme sehen wollen, hier nach Capacona. Capacona, das geht in die Richtung. 800 Meter. Sind es nur noch 800 Meter von da. Weil der ganze Weg vom Wohnmobilstellplatz sind etwa 2,2 Kilometer. Und in die Richtung geht es eben dann zurück. Und wenn man so lange läuft, dann kriegt man eben Hunger. Und dann ist hier der Platz, wo ihr einkehren müsst. Und liebe Wohnmobilisten, wenn ihr dann hier seid, schaut ihm auf die Hände, ob es auch irgendwo Rösti hat. Also das, was ich gegessen habe, ist nicht mehr viel, das war richtig lecker. Er macht das mit ein bisschen Pfiff, er hat Gewürze, die gut sind. Und das habe ich gerne. Also, es war jetzt lustig bei dir. Gut hast du gekocht und eben, ich empfehle hier beim Europa à la carte irgendwas zu bestellen. Am Abend kommen wir zurück zum Stellplatz und geniessen den schönen Sonnenuntergang auf Capacona. Darum, bis bald, wir sehen uns auf Rügen. Und da. Bis bald! ng